Urdhva Namaskar Padmasana ist die obere Grußhaltung im Lotus. Zunächst komme zum Lotus-Sitz und vom Lotus-Sitz ausgehend, gebe die Hände vom Brustkorb zusammen und hebe dann die Arme nach oben hoch. Diese Stellung wird manchmal auch als Parvatasana bezeichnet, als Berghaltung oder eben als Urdhva Namaskar Padmasana. Sie verbindet den Lotus mit dem Ausgerichtetsein zum Himmel.